Hallo und herzlich willkommen bei Kenny Katze Hund. In dieser Folge möchte ich euch einen ganz besonderen Kratzbaum vorstellen. Also genau genommen ist das hier eigentlich gar kein spezieller Kratzbaum, sondern das Kratzbaumsystem Cat Select von Trixie. Tja, und mit diesem sogenannten Modulsystem ist es halt möglich, sich seinen individuellen Kratzbaum zusammenzustellen. Worauf ihr bei der Gestaltung eure Prioritäten setzt, ist völlig egal. Also ich sag mal zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein Kitten habt und ihr möchtet aus Sicherheitsgründen erstmal einen etwas kleineren Kratzbaum haben, der zum Beispiel über die Zeit mit wechselt und immer größer wird. Oder ihr wollt zum Beispiel einen Deckenspanner haben. Ihr habt vielleicht auch wenig Platz und braucht einen etwas schmaleren Kratzbaum. Oder vielleicht ist eure Katze einfach so langsam in die Jahre gekommen und braucht ein bisschen Kletterhilfe. Also das alles ist überhaupt kein Problem. Das ist mit diesem System absolut möglich. Und es ist garantiert für jeden etwas dabei. Ich habe nun also das große Glück, dass ich mir aus der Cat Select Serie einen Kratzbaum aussuchen durfte, beziehungsweise nach meinen Vorstellungen und Wünschen zusammenstellen durfte und wir ihn hier zu Hause ausprobieren können. Der ist nun gestern angekommen und ich möchte ihn jetzt endlich mit euch zusammen aufmachen. Und nicht nur ich bin total gespannt, sondern auch meine Katzen können es kaum noch erwarten. Ich möchte euch also vorstellen. Jede Menge Teile, die auf mich so im ersten Moment beim Auspacken einen wirklich stabilen Eindruck machen. Ich freue mich jedenfalls schon total auf die Montage und bin gespannt, ob das, was ich mir da so überlegt und geplant habe, auch wirklich alles so hinhaut. Dazu dann allerdings mehr in der nächsten Folge. So ihr Lieben, das war es dann auch schon wieder. Wenn ihr dazu jetzt noch Fragen habt oder ihr mit diesem Kratzbaumsystem vielleicht schon Selbsterfahrung gemacht habt oder natürlich auch bei allen anderen Dingen, die euch beschäftigen oder auf dem Herzen liegen, dann lasst es mich gerne wissen und schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. An dieser Stelle. Ciao, Miau! Also genau, genau, hallo! Bitte nicht so eine Randale machen, geht das? Sondern um das komplette Kratzbaumsystem Cat Select von Trixi. Bist du auch gespannt, was hier in den Paketen drin ist? Ja, das ist für euch. Inklusive Kartons, könnt ihr alles haben. Sondern es ist ein komplettes... Schon wieder falsch. Hallo! Aufstehen! Nicht schlafen, wir wollen jetzt auspacken. Wir wollen uns das jetzt mal angucken. Hm? Was haltet ihr davon? Kuckuck, seid ihr schon zu zweit da oben? Hallo, Miene, kommst du auch noch? Hallo! Bis zum nächsten Mal.